Ein Team ist noch ausständig, dass ihr diese Stelle abkriegt, und wir haben mit Start Nummer 3. Das A-Team, Queen von DSC Heißbau, 12-8-7. 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 Das war's für heute. Applaus 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 Das war's für heute. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Vielen Dank. Die Hörnacht haben wir geblieben. Die Hörnachtung stehen wir nie überraschend. Das ist die Hörnachtung, die wir hier sehen. Mit der Stadt Nr. 3, den Siegabteil des TSC HSV 12.8 aus Niederösterreich mit der Stadt Nr. 3, den Siegabteil des TSC HSV 12.8 aus Niederösterreich. Die Stadt Nr. 3, den Siegabteil des TSC HSV 12.8 aus Niederösterreich mit der Stadt Nr. 3, den Siegabteil des TSC HSV 12.8 aus Niederösterreich. Siegabteil des TSC HSV 12.8 aus Niederösterreich mit der Stadt Nr. 3, den Siegabteil des TSC HSV 12.8 aus Niederösterreich mit der Stadt Nr. 4.8 aus Niederösterreich. TSC HSV 12.8 aus Niederösterreich mit der Stadt Nr. 3, den Siegabteil des TSC HSV 12.8 aus Niederösterreich mit der Stadt Nr. 3, den Siegabteil des TSC HSV 12.8 aus Niederösterreich. Niederösterreich mit der Stadt Nr. 3, den Siegabteil des TSC HSV 12.8 aus Niederösterreich mit der Stadt Nr. 3, den Siegabteil des TSC HSV 12.8 aus Niederösterreich mit der Stadt Nr. 3, den Siegabteil des TSC HSV 12.8 aus Niederösterreich mit der Stadt 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 Niederö Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020